Funky Lou, die 126 bei uns in der Bahn, Tochter des Foncetti van der Heffing, das ist ebenfalls ein Sohn von Four Pleasure Concerto, aus der Nairobi van der Habti Höfe, Cheyenne van der Heffing, Diabo Randall Z, so das Pedigree, das ist hier der direkte Stamm, des Halifax van de Luizovos mit Lorenzo de Luca für Italien, 5 Sterne CSI, hocherfolgreich. Vier Jahre jung, ebenfalls schon in Aufbauprüfungen, den Weg in den Sport gefunden, hier jetzt unter dem Sattel von Karl Marvin, mit den ersten Sprüngern. Vielen Dank. 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 Ja, dann lassen wir Sie kurz einmal einen Moment durchschnaufen. erhöhen noch einmal für die Abschlussrunde aus diesem Stamm, unter anderem auch das 1,45 Meter Pferd Omara van der Wellington, genauso wie Kel Damp van der Heffing, über 1,60 Meter. Harley PKZ, über 1,45 Meter hocherfolgreich. Eure Judas Team, Karlshof, ebenfalls über 1,60 Meter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir sagen Dankeschön, Dankeschön an die Vorstellung von Marvin Kahl. Und hier Funky Lu, Tochter des von Chetty van der Heffing, Cheyenne van der Heffing, Diabo Randall Zet. Eine absolute Top-Empfehlung, direkt zum Losreiten, vielleicht ganz am Ende auch nicht nur für die Sportbeflissenen, sondern eben auch für die Zuchtbeflissenen unter uns eine absolute Top-Empfehlung. Dankeschön.